Dr. Med. Wolfgang Wodag vor dem Bundestag. Er hat beim Bundestag ja früher gesprochen. Und da hat er gesprochen und die Sendung heißt Menschen haben Angst vor der modernen Medizin. Ja, diese ist in der Playlist beim besten Sender News und Talks für Der Schwarze Stern. In der Playlist 6 zu finden. Und ja, leider haben die Menschen immer noch nicht genug Angst vor der modernen Medizin, um zu sagen, wir müssen unbedingt auf die Gesundheitsreform der NextScientistForFuture.de zurückgreifen, weil die Menschen immer noch nicht verstehen, wie gefährlich die moderne Medizin ist für uns alle. Ja, das ist so eine Frage heute. Wir machen uns ja ganz große Sorgen um die Zukunft der Neuparteien. Die Basis, wird die Basis traurigerweise von LWWs, also von Lobbyisten wider Willen, in die Wahlniederlage geführt? Oder sind gar zu viele U-Boote oder Maulwürfe in der Partei? Ich habe das mal erlebt. Das scheint es tatsächlich zu geben, dass also die Altparteien Leute in Neuparteien schicken, um mit dem Ziel, die Parteien zum Stolpern zu bringen, zum Versagen zu bringen, zum Scheitern zu bringen. Das scheint es eventuell zu geben, also keine Ahnung, aber vielleicht sind da eben tatsächlich auch Leute am Werke, die sozusagen die Aufgabe haben, die Basis zum Scheitern zu bringen. Auf jeden Fall tut sie im Moment paradoxerweise alles, um zu scheitern. Ja, denn die Partei versteht eben nicht genügend, ja, dass, ich glaube, ich muss hierhin zuerst, ja, dass eben hier, das ist nochmal der große Kuchen, an dem alle im bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus wollen, alle fressen an diesem Kuchen hier, an Ihnen, liebe Wählerinnen. Natürlich gehören sie teilweise auch zu den Sparten der Gesellschaft, aber sie sind, aber jede Sparte versucht natürlich auch an allen anderen Sparten zu fressen, denn die anderen Sparten gehören ja auch zum Kuchen, ja, also insofern und wir haben, entweder haben wir viel zu viele Lobbyisten wie der Willen in den Parteien, die also Lobbyismus für Sozialsparten, für Heilpraktiker, für anthroposophische Pädagogen betreiben und sozusagen Politik zu machen, neigen, die diesen Sparten mehr Geld und mehr Karrieremöglichkeiten eröffnet, die dann, wofür dann aber die, sie, liebe Wählerinnen, wieder bluten müssen, denn sie müssen ja die ganze Zeche dann bezahlen, ja, sozusagen. Und damit macht man sich natürlich bei den Wählern nicht beliebt, denn die spüren, dass sie wieder mal gemolken werden sollen von einer Neupartei. Ja, das heißt also, dass, ja, ich lese erst mal die Kurznachrichten und dann gehe ich noch mal auf die Dinge ein hier. Ja, das heißt, wir machen uns große Sorgen und wir müssen halt jetzt demnächst immer, wenn wir mit den Leuten sprechen, dann immer erst über das Menschenbild sprechen. Das neue Menschenbild, das neue wissenschaftliche Menschenbild ist völlig anders als die früheren pseudowissenschaftlichen Menschenbilder, die wir haben. Sozusagen der Mensch von heute ist in den letzten hunderttausenden Jahren zum LWW geworden, zum Lobbyistenwiderwillen mit einem LWWW, mit einem Lobbyistenwiderwillen Weltbild sozusagen. Und diese Lobbyistenwiderwillen kämpfen gegen alle guten Reformen und verhindern alle guten Reformen, weil sie immer nur letztendlich, ja, sie sind eigentlich nichtbewusste Agenten der verschiedenen Sparten der Gesellschaft, die alle Profit auf Kosten von ihnen, liebe Wählerinnen, machen wollen. Ja, man kann sagen, alle diese Sparten, die also am Rande des Kuchens sozusagen ein Teil des Kuchens darstellen, aber eben möglichst viel aus dem Gesamtkuchen rauf raus zu fressen neigen. Im Moment erleben wir, wie die Gesundheitssparten einen riesigen, ein riesiges Stück von dem Kuchen raus fressen. Und dabei alle anderen Sparten, aber auch sie, liebe Wählerinnen, unheimlich bluten müssen, ja. Also mit Reißzähnen reißt im Moment die Reißen, die Gesundheitssparten mit ihren vorteilbringenden Irrtümern in nicht bewusster Weise, aber unterstützt von den Lobbyistenwiderwillen, denn all die vorteilbringenden Irrtümer wirken ja als parasitäre Meme-Killer-Viren des Geistes durchmanipulierend in Form einer Gehirnwäsche auf den normalen Bürger und der wird damit umgewandelt zum Lobbyistenwiderwillen. Er wird quasi ferngesteuert von den vorteilbringenden Irrtümern der Sparten. Und Sie, lieber Zuhörer, wenn Sie sich diese Frage nicht stellen können, ob Sie nicht selber auch nichts anderes als ein ganz normaler LWW sind, ein Lobbyist, widerwillen für irgendwelche Sparten und ob Ihr Weltbild nicht ausschließlich aus vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten, die Sie eingefangen haben und durchmanipuliert haben und einer Gehirnwäsche unterzogen haben, dann haben Sie, dann leiden Sie unter Realitätsverlust. Ja, denn diese Frage ist die entscheidende Frage. Ja, denn wir Menschen dienen, ich habe das auch getan. Ich habe als junger Psychotherapeut, Psychoanalytiker und so weiter, bevor ich diesen Beruf aus dieser Erkenntnis heraus niedergelegt habe, habe ich auch den Gesundheitssparten gedient und habe auch mitgeholfen, Menschen in dem Leiden festzuhalten, im Unglücklichsein festzuhalten mit diesen unbrauchbaren psychotherapeutischen Konzepten, die niemandem helfen, außer dem Geldbeutel von uns Psychotherapeuten und Psychoanalytikern selber. Die ganze Psychotherapie ist ja eine Erfindung gewesen, wo es darum ging, Zugang zu den Geldbeuteln von Ihnen, liebe Wählerinnen, zu gewinnen. Ja, und ich war eben auch ein Werkzeug der Gesundheitssparten, sozusagen widerwillen. Ich war auch ein Lobbyist widerwillen. Und als ich dann das erkannt habe, dass ich ja Lobbyist widerwillen bin, habe ich sofort diese Tätigkeit niedergelegt, weil ich dann eben natürlich nicht mehr in den Spiegel hätte schauen können, wenn ich das noch weiter gemacht hätte, wo ich doch begriffen habe. Und seitdem habe ich mich dann um die Therapie der Gesellschaft gekümmert, denn die nur, wenn wir die Gesellschaft therapieren, kommen wir aus dem Schlamassel raus. Ja, und unsere Grundformel lautet immer erst das Menschenbild besprechen, dann erst das Weltbild. Ja, also liebe Zuhörer, können Sie sich hinterfragen, wo sind Sie überall? LWW, Lobbyist widerwillen. Ja, wo hat man Sie durchmanipuliert und hat Sie, benutzt Sie als Kämpfer für die Profitinteressen bestimmter Sparten? Und zwar alles ohne Bewusstheit, denn das Ganze läuft ja ohne Bewusstheit, denn die Sparten selber sind sich ja nicht bewusst, dass Ihre vorteilbringenden Irrtümer Irrtümer sind, die halten Sie ja für Wahrheiten und die denken, sie informieren Sie, während Sie sie in Wirklichkeit einer Gehirnwäsche unterziehen. Ich mache das mal am Beispiel der Sozialsparten deutlich. Die Sozialsparten profitieren natürlich am meisten davon, wenn es Massen von Arbeitslosen gibt, die dann möglichst verwahrlosen und runterkommen und dann von den Sozialberuflern und den Arbeitsabendmitarbeitern lebenslang betreut werden müssen. Jetzt haben die Entstand bei den Sozialspartlern irgendwann der vorteilbringende Irrtum, dass doch echte Linke und soziale Politik nur geht, wenn man den Niedriglohnsektor und die Leiharbeit kritisiert am besten gleich ganz verbieten würde. Und wenn man stattdessen hohe Mindest- und Tariflöhne durchsetzen würde, das sei linke und soziale Politik. Dieser vorteilbringende Irrtum hat dann so den Chef der berühmten Nachdenkseiten NDS, den Herrn Albrecht Müller infiziert und zum Lobbyisten wider Willen gemacht, der Sozialsparten. Der Albrecht Müller wurde also manipuliert zum LWW, zum Lobbyisten wider Willen, der Sozialspartler. Und er ist in der Illusion, dass diese asoziale Politik, der Kritik am Niedriglohnsektor und der Leiharbeit, da gibt es unzählige Argumente dafür, die aber alle Irrtümer sind, die sind alle die Unwahrheit. Denn die Wahrheit ist ganz anders. Echte soziale Politik und echte linke Politik, wie sie wir, die next scientists for future.de empfehlen, bedeutet null Arbeitslosigkeit, null verwahrloste Menschen, keine Kundschaft mehr für Sozialspartler und Arbeitsamtmitarbeiter im jetzigen System. Also wir wollen eben, echte linke Politik heißt, jeder Mensch wird integriert in die Gesellschaft und wird nicht von den raffgierigen raffgierigen Sozialspartlern betreut, sozusagen. Wobei diese raffgier ja nicht bewusst ist. Das müssen wir immer dazu sagen. Es ist keine Verschwörung. Die Sozialspartler haben sich nicht verschworen gegen den Albrecht Müller von den Nachdenkseiten, sondern das ist einfach, das ist der stille Verlauf der Evolution, der dysfunktionale Verlauf von Evolution im bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus. Mehr ist das nicht. Denn faktisch ist es so, dass der Niedriglohnsektor ungeheuer wertvoll ist, weil dann auch die inkompetenten Menschen, das ist ja der nächste große Vorteil, bringende Irrtum der Sozialspartler. Ja, also wir haben ja das Phänomen, ich zeige das nochmal schnell hier. Wir haben ja das Phänomen. Dieses Bild ist ja zum Glück mehrfach nutzbar. Die Sozialspartler haben die, also hier, die hier sitzen, die Sozialspartler und überzeugen den Herrn Albrecht Müller und die Nachdenkseiten und seine Fans. Ich war ja in einer Talkrunde von denen, ich war entsetzt. Das waren alles LWWs, also Lobbyisten wie der Willen der Sozialspartler. Nicht alles, aber die meisten waren voll durchmanipuliert von oben bis unten von den Sozialspartler, von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler. Und da die Sozialspartler verbreiten ja den ganz großen Irrtum, alle Menschen seien Genies, alle Neugeborenen seien Genies, alle seien Gleichklub, die ganze Intelligenzforschung, die ganze in der biologischen Gehirnunterschiedsforschung, die ganze sozusagen Tatsache, dass die Evolution aktiv Ungleichheit auch bei den Gehirnleistungsfähigkeiten erzeugt. Also dass der Mensch, dass es hier, hier, dass hier die wenig leistungsfähigen Gehirne sind und dort die hochleistungsfähigen Gehirne, all die Tatsache der Normalverteilung, der gaussischen Normalverteilung, wird völlig weggeleugnet von den pseudowissenschaftlichen Sozialspartlern, die also sozusagen alle Wahrheiten wegleugnen müssen und das wirklich auch glauben, also diese vorteilbringenden Irrtümer wirklich glauben. Und dieses sozusagen, das führt dann zu der Vorstellung, dass sozusagen es ja gar keine Unterschiede gibt zwischen Menschen und deswegen ja alle hohe Löhne verdient hätten. Dabei Menschen, die so inkompetent sind, dass sie in einer Firma fast eher Schaden anrichten als überhaupt nutzen, weil sie so inkompetent sind, dass sie mehr Fehler machen als richtiges. Ja, wieso soll man da jenen 50 Euro die Stunde zahlen? Ja, die sind das nicht wert. Ja, die sind einfach, wir haben mittlerweile so viel aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten, solche Massen an Kindern mit wenig leistungsfähigen Gehirnen, die dann zu Erwachsenen wurden, mit wenig leistungsfähigen Gehirnen, die einfach nicht mehr wert sind als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Euro oder so pro Stunde. Und dann ist es doch ganz wichtig, dass es den Niedriglohnsektor gibt, die Leiharbeit gibt, dass diese Leute überhaupt eine anständige Arbeit bekommen können. Und das ist doch sozusagen, ich selbst habe mal aus Spaß mal ein paar Wochen dann auch Leiharbeit gemacht, weil ich ja, nachdem ich meinen Psychotherapieberuf niedergelegt hatte, natürlich einfach mal geguckt habe, was sonst so noch geht. Und das war ganz ordentliche Arbeit. Ja, das war halt natürlich hart, weil das in dem Fall 8 Stunden Arbeit war am Computer, aber Leiharbeit gibt es bestimmt auch für 6 Stunden oder für 4 Stunden. Und von daher, also das ist ordentliche Arbeit. Ich habe da bei der Stadt Frankfurt gearbeitet dann. Ja, also das ist in Ordnung. Ja, also der Niedriglohnsektor und Leiharbeitssektor ist, das ist echte soziale und echte linke Politik. Ja, denn wenn diese Idee, dass es besser ist, dass die Leute dauerlangzeitarbeitslos sind, als dass sie in Arbeit sind, das ist keine linke Idee, sondern das ist eine asoziale Idee, die aus den Sozialsparten kommt. Diese asoziale Idee geht zurück auf die nicht bewussten, Vorteilbringenden Irrtümer, der Sozialspartler. Und jeder, der diese Ideen übernommen hat, ist sozusagen ein Opfer, ein LWW, ein Lobbyist wie der Willen der Sozialspartler. Ja. Und ja, und von daher ist das ja eine ganz traurige Angelegenheit letztendlich. Gerade mit den Nachdenkseiten. Also ich war entsetzt, ja, dass die diese Menschen haben überhaupt keine, ich hätte, habe aber auch den Fehler gemacht. Ich hätte von Anfang an sagen, darauf ansprechen müssen, dass das Entscheidende ist, dass der Mensch von heute ein Lobbyist wie der Willen ist. Und das ist deswegen jeder Mensch, echte Politik und guter Politiker sein und sich über Politik kompetent zu unterhalten, dass das erst mal mit der Frage beginnt, wo bin ich selber LWW, Lobbyist wie der Willen, mit einem LWW, also einem Lobbyist wie der Willen Weltbild, also einem voll von, ein Weltbild, das voll ist von Vorteilbringenden Irrtümer. Ja, Ken FM zum Beispiel, ja, der hat ja über uns einen Bericht veröffentlicht, ja, gut, dass er das gemacht hat über unseren, meinen Auftritt beim Corona-Ausschuss mit Dr. Wolfgang Wodag und Dr. Füllmich, Viviane Fischer und so weiter. Aber er macht das Falsche. Er hat jetzt alles getan, um die, um Deutschland dazu zu bringen, ihn sozusagen zu schikanieren ohne Ende. Weil er eben, es ist eben im Moment verboten, weil wir eben regiert werden von den Gesundheitssparten. Das ist einfach so. Wir werden, im Moment haben wir eine weltweite Diktatur, nicht bewusste, unterschwellige Diktatur der Gesundheitssparten. Die Gesundheitssparten haben die ganze Welt im Griff und beißen mit riesigen Eckzähnen ein riesiges, blutiges Stück aus dem Kuchen der Menschheit heraus. Und wir alle leiden darunter schrecklich. Ja? Aber so ist es doch nun mal. Es macht doch keinen Sinn, immer wieder zu versuchen, dagegen anzukämpfen. Und denn das ist im Moment verboten. Das Kritisieren der Sichtweisen des Mainstreams der Gesundheitssparten ist im Moment einfach verboten. Danach sollte man sich einfach dran halten, weil es nämlich einfach keinen Sinn macht, dagegen anzureden. Weil man damit das Ganze eher vielleicht sogar noch verstärkt. Aber worüber wir doch sprechen dürfen, ist das Systemproblem. Bisher wurden wir noch nie gesperrt, wenn wir gesagt haben, wir müssen die Anreize im Gesundheitswesen ändern. Wir müssen endlich unsere Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege durchkriegen. Und darüber könnte KNFM, ohne dass ihn jemand kritisieren würde, tausend Sendungen mit uns machen und niemand würde das sperren und löschen. Nur würde er dann natürlich nicht diese ganzen jammernden Leute bedienen. Aber die Jammerer, natürlich kann es sein, dass natürlich KNFM irgendwo ahnt, dass er einen Großteil seines Geldes durch die Jammerer verdient. Nämlich die Jammerer, die überhaupt nichts am System ändern wollen, überhaupt nichts an den Ursachen ändern wollen. Und vielleicht gehört, ist KNFM auch ein LWB seiner eigenen Journalisten sparte. Denn die Journalisten, die meisten Journalisten wollen auch nichts an den Missständen ändern oder neigen dazu, nichts durch ihre vorteilbringenden Irrtümer dazu, nichts an den Missständen zu ändern. Denn die sind ja die Grundlage für ihre Berichte. Denn die ganzen Jammerer hören ja unheimlich gern Berichte, in denen gejammert wird über diese Missstände, anstatt über die Ursachentherapie und Ursachenlösung zu sprechen, sozusagen. Und das ist ja das Dilemma. Also KNFM, komme zur Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Der einzige. Erkenne, dass auch du ein LWW bist, ein Lobbyist wie der Willen. Dass du viele vorteilbringende Irrtümer im Kopf hast und Irrtümer, nämlich die vorteilbringenden Irrtümer der Journalisten sparte, dass es sinnvoll sei, gegen ein Symptom ankämpfen zu wollen, auch wenn es verboten ist, im Moment gegen das Symptom zu argumentieren, sondern kümmere dich doch um die Ursachenbehebung, damit es zu dem Symptom nie wiederkommt. Spreche mit den Next, mach Sendungen mit den nextscientistsforfuture.de, damit sozusagen wir endlich politisch zusammen mit der Partei die Basis das Ursachenproblem, das Gesundheitssystem so reformieren, dass solche Missstände nicht mehr möglich sind. Dafür musst du KNFM aber auch deine Irrtümer, dass da angeblich sich ein paar Leute verschworen hätten und einen geheimen Plan hätten, die Menschheit zu zerstören. Nein, das sind die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten. Alleine reichen aus, um die ganze Welt zu ruinieren. Das ist einfach so. Das heißt, nicht bewusstes schädigendes Handeln im Kapitalismus reicht völlig aus, um uns alle zu ruinieren. Da braucht es keine Verschwörung und keine Verschwörer und keine Pläne und irgend so etwas. Kann ja sein, dass es Einzelne gibt, die sowas wirklich bewusst planen, aber braucht es gar nicht. Das System selber, das Gesundheitswesen, das weltweite, die Gesundheitssparten weltweit reichen völlig aus, um uns alle zu zerstören und zu töten. Ja, und wie gesagt, diskutieren über das Systemproblem und die sanfte Beendigung des Kapitalismus durch die Reformen der Next Scientists for Future ist nicht verboten. Ja, und nochmal zurück zu Albrecht Müller und den Nachdenkzeiten. Müllers Ideen, wie sie scheinbar in seinem neuen Buch drinstehen, vermutlich drinstehen, übrigens unten rechts an dem rundlichen Ding wie immer die Wunschgeschwindigkeit einstellen, weil ich ja jetzt noch langsamer reden werde. Müllers Ideen, seine vorteilbringenden Irrtümer, die Tatsache, dass er ein LWW ist, ein Lobbyist, wie der Willen für die Sozialspartler, sind letztendlich eine Anstiftung zur Produktion von Sozialfällen. Und das ist asozial, das ist letztendlich asoziale Politik, die da also bei den Treffen dieser Nachdenkzeiten-Fans sozusagen da diskutiert wird. Also Sozialspartler lassen asoziale, antilinke Politik als links und sozial erscheinen, als sozial und links erscheinen. Genau. Also letztendlich produzieren die Nachdenkzeiten, indem sie die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten multiplizieren, produzieren sie eben Sozialfälle, beziehungsweise Neukunden für die Sozialsparten. Und ja. Ja, und schrecklich sind halt die Jammerer, die deren, die also jetzt irgendwie immer nur sich Sendungen anschauen, wo irgendwelche Leute sagen, ja, da stimmt doch was nicht, aber das wissen wir doch längst. Das ist doch, es geht doch endlich, wir müssen doch mal endlich aufhören, uns um die Symptomebene zu kümmern. Aber die Jammerer, die sind eben auch wieder von der Intelligenz her nicht klug genug zu verstehen, dass es, wenn man sich an etwas stört, sinnvoll ist, die Ursache zu korrigieren und sich nicht an dem Symptom aufzuhalten. Ne? Ja. Die Jammerer sind Leute, die irgendwie nur jammern und jammern und sich darin auch gefallen, vielleicht auch zu jammern, aber die Symptomursachen irgendwie nie angehen wollen, ne? Oder vielleicht auch eben letztendlich dafür nicht intelligent genug sind, ja? Und viele Journalisten bedienen natürlich aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer die Jammerer und neigen auch als Journalisten dazu, aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer ihre eigenen Sparte bloß nie die Ursache zu beheben. Also wenn man solche Journalisten anspricht, dann merkt man, bei denen geht es um das Geschäft, die Jammerer zu bedienen, aber nicht um die Behebung dieses Geschäfts von der Jammerei. Denn wenn man die Ursachen angehen würde, gäbe es ja die Jammerer nicht mehr und dann könnte man denen auch nichts mehr als Journalist verkaufen. Ja. Dann generell die Frage auch, die manchmal ja auch aufgekommen ist, so warum unsere Professoren zum Beispiel die Basis nicht offen unterstützen. Ja, weil die Basis auch da alles falsch macht, ja? Sie hat sich völlig falsch positioniert. Sie sollte mal bei uns unsere Positionierungen von unserer Homepage abschreiben, ja? Sie hätte sich ganz offen positionieren müssen als neue Partei Mitte links im Spektrum, im Felde von SPD, Grüne und CDU. Und da hätte sie sich ganz offen positionieren müssen. In Wirklichkeit ist das Problem, dass die Basis eher noch weiter links ist als die SPD, die SPD. In manchen Punkten reicht sie sich ja die Hände mit der Linken, mit der Partei die Linken, ja? Und stattdessen hat sie aber zugelassen, weil sie sich nicht richtig positioniert hat, hat sie zugelassen, dass sie, obwohl die Basis eher mit der Linksradikalität kämpft. Und mit der Proletaria aller Länder vereinigt euch, die Menschen von unten sind die wahren Menschen und so weiter mit dieser Illusion. Übrigens auch aus den Sozialspaten stammend auch wieder die Verleugnung dessen, wie wichtig, dass es wichtig ist, ja? Also ich will es noch mal übertreiben. Die Rechtsradikalen erkennen, wie wichtig ein Leitwolf sein kann. Wie wichtig die hohe Kompetenz ist, machen dann aber den Fehler, das auf heutige Gesellschaften übertragen zu wollen und wünschen sich dann quasi einen Führer. Sehen aber nicht, dass dieser Führer, wenn der ein bisschen spinnt natürlich, dann sehr schnell entgleisen kann in Richtung eines bösartigen Diktators, der dann Massen von Menschen umbringt, ja? Und insofern aber, dass man generell die Fähigen nutzen sollte, auch in einem demokratischen Staat und bloß aber keine Diktatoren und Führer zulassen sollte, ja? Und auch keine Expertokratie und keine Wissenschaftsdiktatur zulassen sollte, das ist alles richtig. Aber dieser Gegenschluss, dass die wahren Menschen, dass die Unfähigen, die Laien, die wahren Menschen seien, damit geht die Basis kaputt. Weil das Verzichten auf die kompetenten Reformen der Besten, also der Next Scientists for Future, das wird der Partei das Genick brechen, fürchte ich. Na, mal sehen. Ja, und dass die Basis sich nicht richtig positioniert hat in eine Partei, als Partei, die als Partei Mitte links SPD, CDU und Grünen Konkurrenz macht und vielleicht noch der FDP, damit hat sie sozusagen Spielraum gelassen, den Mainstream-Medien, sie zu diffamieren als Rechtsquerdenker, Schwurbler und so weiter. Und das ist ganz klar, dass unsere seriösen Professoren natürlich nicht mit einer sogenannten, mit solchen Schmuddelkindern natürlich nicht in Assoziation gebracht werden wollen. Also sozusagen der Weltrat der Weisen sozusagen ist ja diesbezüglich völlig neutral und sagt, wir dürfen auf keinen Fall mit Leuten in Assoziation gebracht werden, die vom Mainstream quasi als Rechts- oder Schwurbler und Spinner und Corona-Leugner und sonst wie beschimpft werden können. Ja, und dadurch hat sich die Basis es selbst natürlich dafür gesorgt, dass natürlich bei uns nur Professor Wallach und Dr. Michael Spitzbart und ich und noch ein paar wenige von den Next Scientists for Future bereit wären, sich offen zur Partei die Basis als Berater zu bekennen, also als Berater. Ja, also als Mitglied ist schon auch wieder die nächste Problemstufe. Mitglied dürfen wir eigentlich gar nicht werden. Wir haben ja dem Professor Wallach im Prinzip die Erlaubnis gegeben, dass er ausnahmsweise auch Mitglied bei der Basis werden könnte, aber meines Wissens hat er das immer noch nicht getan. Ja, nochmal zurück. Der Mensch hat sich halt wirklich sehr verändert. Vor 400.000 bis circa 140.000 Jahren, da begann der Prozess, der und er wurde vor 400.000 Jahren oder 140.000 Jahren war der Mensch noch fast unmanipuliert. Ganz wenige Irrtümer im Kopf, ja. sehr wenig Manipulationsgeschehen und so weiter. Und heute, der Mensch von heute ist voll manipuliert. Der Mensch von heute ist einer vollständigen Gehirnwäsche unterzogen und ich habe das ja selbst erfahren. Ich war von der Gehirnwäsche, der Gesundheitsspartler im Bereich Psychotherapie und Psychoanalyse und so weiter voll durchmanipuliert. Ich war Opfer dieser Gehirnwäsche. Ich war ein LWW, ein Lobbyist wie der Willen, wo ich doch der Wahrheit dienen wollte als junger Mensch. Und so geht es jedem Schulmediziner auch. Der wollte der Wahrheit dienen und wird aber dann einer Gehirnwäsche unterzogen und ist dann am Ende ein LWW, ein Lobbyist wie der Willen der Gesundheitssparten und deren Profitinteressen. Warum kämpft der Mensch von heute gegen gute Reformen? Ja eben, weil er ein LWW ist, ein Lobbyist wie der Willen. Und deswegen müssen wir eben immer das Menschenbild als erstes thematisieren. Denn es macht doch gar keinen Sinn, über das Weltbild inklusive unserer Reformen zu diskutieren, wenn der Mensch aufgezogen ist, wie so ein Kinderspielzeug aufgezogen ist, als LWW, als quasi als Agent der Sparten, als Lobbyist wie der Willen sozusagen sofort zu kämpfen gegen neue Reformen. Ja, die Basis ist zu sehr von unten orientiert. Da ist so ein Video. Leider habe ich jetzt den Fehler gemacht, das nicht anzuschauen. Ich werde es gleich mal gerade anschauen. Ich mache gerade mal hier eine Pause. Moment. Ich schaue mir gerade mal die Viviane Fischer an, ob das noch was Neues bringt. Ich drücke auf Pause. Ja, ich habe eben gerade die Sendung geschaut. Das war nicht nur mit Viviane Fischer, sondern mit Füllmich, Wodak und Bhakti. Da fehlt jetzt eigentlich ja letztendlich fehlt jetzt nur noch, dass man sich entscheidet, jetzt auch mal sozusagen nicht nur richtig zu sagen, Sie, liebe Wählerinnen, sollen entscheiden. Die Basismacht hat den Grundfehler drin, dass sie nicht sieht, dass die Wählerinnen, also dass diese etwas über 50 Prozent der Menschen eines Landes, die überhaupt real zur Wahl gehen, dass es sich bei denen meistens um hochkompetente, hochgebildete Menschen handelt, sozusagen, die auch wollen, die auch regiert werden wollen und Reformvorschläge auch zur Auswahl bekommen können in einer echten Volksabstimmung und so weiter, die von den besten Denkern der Deutschlands oder der Welt entwickelt worden sind. Und die Basis hat eben leider mit dem Vorsitzenden Baum so eine Tendenz dazu, nö, die Laien sind die besseren Menschen, die sind klug genug und viele Laien zusammen geben geniale, schwarmintelligente Lösungen, obwohl die Wissenschaft eher sagt, nein, wenn die Laien selbst ein niedriges Niveau haben, dann kommen eher schwarmdumme Lösungen raus, sozusagen. Schwarmdummheit ist eher das Ergebnis. Also sozusagen, was der Partei die Basis fehlt, ist das ganz klare Bekenntnis, wir als Partei, die vom Mainstream der Medien als Schmuddelpartei hingestellt wird, können nicht erwarten, dass alle kompetenten Leute sich ihren Ruf bereit sind zu ruinieren, indem sie Mitglied in einer Schmuddelpartei werden. Wir müssen bereit sein, die besten Experten der Welt anzufragen, unter anderem auch selbstverständlich die nextscientistsforfuture.de, ob die bereit sind, uns zu helfen, obwohl der Mainstream der Gesellschaft uns diese Partei als Schmuddelpartei hinstellt, obwohl es ja gar nicht stimmt. Aber die Partei hat ja den Fehler gemacht, sich so hinstellen zu lassen. Da hat sie ja selber auch viel dazu beigetragen, dass sie so als Schmuddelkind hingestellt wird. Wir hätten sie gleich dahin beraten, da vorsichtig zu sein und dagegen zu arbeiten. Also es fehlt jetzt einfach nur das rückhaltlose Bekenntnis dazu. Ja, es ist richtig, wir wollen das Land den Wählerinnen und Wählern wieder in die Hand zurückgeben. Echte Basisdemokratie. Aber das bedeutet, wir wollen das mit der höchsten Kompetenz machen. Und dazu müssen wir alle Experten anfragen, externe Experten, die selbstverständlich niemals bereit sein könnten. Und bei uns wäre es so, der ganze Weltrat würde bei uns zusammenstürzen, denn alle Professoren haben darauf bestanden, ich werde und dann gesagt, alle haben gesagt, wir werden nur Mitglied, jedenfalls wurde mir das so berichtet, wir werden nur Mitglied, wenn der Weltrat völlig überparteilich bleibt und also höchstens Parteien berät, aber auch nur anständige Parteien. Ja, und wie gesagt, wir Next Scientist for Future als Arbeitskreis vom Weltrat wären bereit, auch eine sogenannte Schmuddelpartei, also die von dem Mainstream der Gesellschaft als Schmuddelpartei diffamiert wird, sozusagen auch zu beraten. Und bitte nehmt das wahr, die Basis, sonst fürchte ich, dass ich leider wieder recht habe. Aber es kann ja auch sein, um wieder den Kreis zu schließen, zum Anfang, vielleicht ist es ja auch so, dass die Basis traurigerweise sozusagen vielleicht zu viel U-Boote und Maulwürfe in der Partei hat, die ja nur das Ziel haben, dass die Partei scheitert. Und natürlich, und die dann auch genau wissen, dass ohne die Next Scientist for Future und deren überlegene Reformkompetenz, mit deren Potenzial von 56 Prozent Wählerstimmen natürlich die Partei dann auch zielstrebig scheitern wird, denn die Wähler, die Kompetenten, etwas über 50 Prozent der Bevölkerung, die überhaupt zur Wahl gehen, die spüren natürlich, dass die Partei nicht genug Kompetenz hat. Ja, also noch einmal abschließend zwei traurige Befürchtungen. Die Basis wird traurigerweise von LWE-WWs, also Lobbyisten wie der Willen, in die Wahlliderlage geführt. Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Zu viele U-Boote, Maulwürfe in der Partei, Fragezeichen. Ja, kann sein. Wissen wir nicht. Aber im Moment läuft alles schief. Das Mitglied, wir haben ja ein Mitglied von die Basis, die ja jetzt schon viele Monate Fans von den Next Scientist for Future Sachen ist, ja. Und die ist verzweifelt darüber, was in ihrer Partei läuft und wie ihre Partei alles tut, um alle Wahlchancen zunichte zu machen. Ja, traurig. Tschüssi, bis bald.